Hallo, heute geht es mal um ein Gespräch, das ich in dieser Woche mit Rechtsanwalt André Schulze führen durfte. André Schulze ist Rechtsanwalt in Georgsmarienhütte und es geht um einen jungen Mann, der im Rahmen eines Wegeunfalles, also eine gesetzliche Unfallversicherung oder Berufsgenossenschaft, ist beteiligt, wo er aktiv geworden ist als Anwalt. Und zwar hat er gemerkt, so in Zusammenarbeit mit seinem Mandanten, da scheint das eine oder andere nicht so ganz zu stimmen oder zu klappen. Und André Schulze ist dann auf den Haftpflichtversicherer zugegangen, hat gesagt, Mensch, wir brauchen da Unterstützung. Im Reha-Management läuft nicht so alles und der Haftpflichtversicherer hat dem Ganzen dann zugestimmt. Dazu muss ich sagen, dass es einige Haftpflichtversicherer gibt, die sagen, wenn der BG drin ist, dann müssen wir uns ja nicht mit Reha-Diensten rumschlagen. Das macht keinen Sinn. Allerdings ist es so, dass ich im letzten Jahr alleine acht oder neun Fälle von Haftpflichtversicherern gemeldet bekommen habe. Das ist alles nur BG-Fälle und in fast allen Fällen muss man doch viele Fragezeichen haben. Und das habt ihr ja schon mitbekommen, wenn ihr meine Sendung im Aufgehts-der-Reha-Blog und im Aufgehts-der-Reha-Podcast verfolgt. Ja, und so ist es eigentlich in diesem Fall auch so. Und wenn man den jungen Mann so sieht und denkt, man so kernig und er hat im Rahmen dieses Wegeunfalls sich zugezogen, Verletzungen beider Oberschenkel. Und zwar ganz gewaltig. Da musste jeweils operativ rangegangen werden. Da mussten Platten reingebracht werden. Im Bereich des Kniegelenkes, also im Schienbeinkopfbruch, hat er auch erlitten. Einen Oberarmbruch, der genagelt werden musste. Und noch so einige andere, ich will mal schon sagen, fast kleine Begleitverletzungen, aber die es in sich haben. Unter anderem auch eine Fußheber- und Großzehenheberschwäche. Und ja, und wir haben jetzt in diesem Gespräch mit den Betroffenen so einfach mal so geklärt, wo steht er eigentlich. Toll ist, er konnte wieder seine Arbeit aufnehmen. Er befindet sich gerade in der Arbeits- und Belastungserprobung. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Denn er hat doch relativ schnell gemerkt, so, boah, das wird schwierig. Arbeitssicherheitsschuhe machen Probleme. Schwellung Fuß macht Probleme. Es ist schnell erschöpft. Und ja, ich durfte so einiges hinterfragen. Und auch hinterfragen letztendlich, wie sieht es denn mit der Heilbehandlung aus? Wann kommen dann die Metalle raus? Ist das immer alles besprochen worden? Und Ergebnis war, dass er von der Berufsgenossenschaft so beraten worden ist, dass ja, das weckt sich schon raus, da warten wir mal ab. Das wird schon alles wiederkommen und, und, und. Und ich habe ihm dann auch gesagt, weil er im Bereich der Industrie arbeitet, Mensch, hast du mal über den Plan B nachgedacht? Und da hat er selber gesagt, ja, er wäre sich jetzt schon sehr unsicher und hat auch Zweifel, dass er es schaffen wird. Und die Stadtstrategie der Berufsgenossenschaft scheint zu sein, ja, wir gliedern ihn wieder ein, dann kann er da arbeiten und dann ist gut. Ja, aber so einfach wird es sicherlich nicht sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Es sind viele Fragen offen geblieben. Wir haben uns darauf verständigt, dass er sich das Gespräch nochmal durch den Kopf gehen lässt. Reichtermatt Schulze hat ihm einige Hinweise noch gegeben. Und ja, wir sind letztendlich so verblieben, dass er die Angebote, die wir gemacht haben, im Bereich zweite Meinung einholen, Plan B beruflich vielleicht zu machen, dass er die sich überlegt und das auf uns zukommt. Und so wie ich ihn einschätze, wird das auch der Fall sein. Mehr als beratende Angebote kann man in dem Fall nicht machen. Die BG ist da schon, was Heilbehandlung betrifft etc., ja, schon super aktiv geworden. Das muss man so sagen. Aber in der Beratung sind da so einige Dinge zurückgeblieben, woran das auch immer liegt. Aber das erlebe ich immer öfters halt. Und ja, ist auch der Grund, warum Haftpflichtversicherer mich, wie gesagt, verstärkt mittlerweile bei BG-Infällen mitbeteiligen. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich selber über 30 Jahre lang bei verschiedenen BG-Infällen gearbeitet habe. So, das mal als Hinweis. Also wenn du BG-Patient bist und hast einen unverschuldeten Unfall erlitten, auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause oder wie auch immer, auf einer Geschäftsreise habe ich auch jemanden letztens kennengelernt. Ja, dann, und du bist sehr unsicher letztendlich. Wie geht es weiter? Ist die Beratung ausreichend? Wo sind deine Probleme? Werden deine Probleme nicht richtig ernst genommen oder wahrgenommen? Wirst du vertröstet oder wie auch immer? Ja, dann frag deine Anwältin, deinen Anwalt, wie das, ob das möglich ist, letztendlich sich mal durch den Reha-Dienstleister, ja, grob beraten zu lassen. Oder wenn du manchmal sagst, wie gesagt, wie jetzt mit Herrn Schulze, dass ja auch der Anwalt tätig wird, aktiv wird und sagt, hm, hier stimmt was nicht, lassen wir uns mal beraten. Und das fällt auch ein Weg für die Anwältinnen und Anwälte, da aktiver zu werden. Also, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und vielleicht bis in zwei Wochen.